so das war ja was so ja da man herzlich willkommen hier bei der schönen pixel welt von minecraft unendliche plätze erwartet uns und natürlich unsere liebstes beschäftigen hier ihr ahnt es schon ja das geht aber da ist eine hexe höchse warum hexe noch ein paar wuffies mitnehmen verteidigung so und dann muss ich was essen auf jeden fall ein bogen bereit wo es bereit ist schießen die hexe so auf was ich mir geht wie man sich ich habe ja ich glaube ich habe ich glaube ich töten habe das laufen wir mal zu hier und das ok eine fackel hin auf jeden fall so ja ich hatte voll probleme ich hatte nachher teilweise frames von 1 fps das ging gar nicht und das lag an den tollen Nvidia treiber tatsächlich ja ich weiß nicht ob meine verzweifelten versuche das problem zu finden euch auch zeige ich habe ja natürlich gestreamt hier aufgenommen sind ja nicht zumal noch nicht wollte ich ja noch mal einen angriff nehmen das wäre dann auf twitch auch ich glaube da bin ich noch steiner der stein habe ich dann auch steiner lp hoch ich glaube ja das ist mein alter twitch account habe ich nicht geändert brauche ich auch nicht das ist eigentlich auch katsch alles total der name ist ja nur server name musst du wissen platzhalter nichts wichtiges so da ich ja kein hochwertiges produkt bin was da dann ist das egal was war das war wohl von der musik alles klar hoppla hallo wuffi ich muss mich noch ein bisschen machen lassen hier der text hat nichts davon ist abgeworfen na nix brauchbares punkte geistiges wie soll ich denn arbeiten wenn du mir im wiege bist ich kann so nicht arbeiten ich will sagen muss noch mal weg machen hier dieser klatsch da muss auch weg das ist ja auch nicht hoch der schloss der fällt ja voll im blick hier haben wir da noch was nein wir können hier den klotz erstmal hier weg machen müssen hier weg machen geht gar nicht ist einfach zu hoch ich glaube da ist ein hund runter gefallen gerade hey nicht runter springen ihr trottel oh man diese hunde sind auch nicht fertig ach so wie da muss ich gleich die hunde alle heilen dann ist er noch nicht zu fassen wo ist denn der skeletto ich höre ihn aber sehen nicht ich glaube die hunde irgendwo kann das sein vergehen wir mit so setzen die mal hier an die wand so ja wir wollen diesen wahnsinnigen klatschen mal weg machen also waren wir nicht fertig außer mal die spitze gar nicht schaffen fürchte ich ich bin mir ganz mit dem themen entlitten weil ich mich sehr stresst jetzt mit der grafikkarte ich überlege mir ob ich hier noch eine andere grafikkarte von dem einsetze wo die schafft er eigentlich alles mein sohn braucht ja auch noch eine grafikkarte er hat ja natürlich noch extreme probleme benutzt die on board karte ja von der amd prozessor und bock hat es ja die halt die cpu die grafikkarte mit liefern also hey hunde nicht runterschubsen bitte da stehe ich nicht drauf da mag ich gar nicht leiden und so was so da weiß ich noch gar nicht wie das das jetzt kräftikkarte mit oh hier ist mein spitze gar hin Da muss ich wirklich hin. Komm, wo will sie gehen wieder? So. Und gleich will ich jetzt mal gucken. Jetzt mach nur eine kurze Aufnahme. Eine lange Aufnahme macht hier auch wenig Sinn, ehrlich gesagt. Weil das doch echt langweilig ist für euch. Und ich hab extreme Magenprobleme. Wie ich meine Erkältung muss nicht so viele Tabletten nehmen. Mein Magen ist ja total angepisst. Deswegen, das hat er natürlich sehr gut gemacht. Hey. Und ich nuschel wieder zu sehr. Entschuldigung. Entschuldigt mich. So, und dann haben wir nur wieder Mülliges getan. Kein Mensch, was sie mir dabei getan haben. Oh, ich bin zu müde. Oh, mein Gott. Oh, was soll man noch husten? Nee, geht irgendwie gar nicht. Bleibt mir auch noch die Stimme weg, nach der Prost Mahlzeit. Hä? Warte, oben. Oh, da kommen die Geräusche her. Haben wir schon gedacht, da noch nach oben ist. Ja, das ist klar. Da muss ich mir gleich mal schnappen. So, mach mir jetzt mal drei Spitzhacken klar hier. Das ist ja wohl klar. Das muss ich mir wirklich klar machen. So, das ist not to be. Pack ich mal eben weg. Das Eisen pack ich auch und er wird zurück in die Kiste. Und dann die Sticky. So. Eisen, Eisen, Eisen. Nicht. Stopp. Noch mehr irgendwelche Krempel, die wegpacken müssen. Brauch Pfeile neu. Habe ich noch Pfeile in der Kiste? Ich habe noch drei Pfeile. Alle Pfeile, Pfeile. Oh ja, hab da noch welche? Okay, okay, nimm ich mal mit. Oder weniger, ne? Da muss man bald welche bauen wieder. So, was haben wir hier? Ja, eine Steinproduktion. Wann lassen wir noch mal welche Wurzeln hier? Ach, Ofenkartoffeln haben wir ein paar. Das ist gut. Das können wir gut gebrauchen. Die ist eigentlich mit Essen für die Ofis aus. Schlecht. Habe ich nichts mehr. Antoffeln. Gebratene Schweinefleisch. Ich habe dann immer gebratene Schweinefleisch. Das ist natürlich teuer. Aber es sind sie mir natürlich alle mal wert, ne? Nein, schützt sie mich. Ich muss das Lazio-P noch wegpacken in meine Kiste. So. Ja, entschuldige ich ein bisschen, dass ich so ein bisschen sehr auf diese unendliche Kuhle da einhacke. Aber ich möchte sie auch einfach mal irgendwann mal fertig kriegen. Ja, und das muss ich dann leider mit euch tun. So alleine ist der nächste. Also hier muss ich auch noch nach Abigur. Original. Was war denn das? Nach das Abigur. Was war das? Wie geht das Abigur? Zauber des Buchkühle. Zwei. Schott. Zwei. Aha. Die Mattenschwert. Stimmt. Die Mattenschwert wollte ich da noch bezaubern. Dass er aber auf den noch was drauf geht. 22 Punkte. Das ist der Stufe, meine ich. Oh, die sehen hier auch schön aus, ne? Ich bin sehr kantig noch, ne? Ich meine, ich werde noch mal ein anderes Aktionspaket drauf gucken. Und ich hoffe mir jetzt erstmal dieses Skeletto. Ah, nee, Zombie war das ja ein Zombie, war das? Ist da draußen rumkeucht er da? Da oben ist er, ja? Da kommt er auch runter. Hier siehst du hässlich aus. Du magst das warm, ne? Brenn, 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 Brenn. Und gerade jetzt nochmal. Und dort hat er nicht lange getroffen. Zack, zack, zack. So, wie sieht es aus? Wo ist die Tür auf? Ich mache mal zu. Ein Hund, der nicht mehr so ganz bei der Schlauen ist. Zack. Oh, hoppla. Oh, das ist ja auch glücklich. Oh, und die noch unglücklich. Auch glücklich. Und glücklich. So. Dann haben wir ganz viele kleine Babyhundes gemacht. Müssen wir unsere Armee auch mal vergrößern, das ist ganz wichtig. So. Okay, ihr könnt euch wieder setzen. Danke. Danke, sehr freundlich von euch. Wo sind die größten Wuffis denn? Hat er schon raus? Okay, der ist auch gut. Der ist auch gut. Alles klar. Dann habe ich noch einen Klotz irgendwo hingesetzt. Hast du das gesehen? Nee, ist alles das so. Okay, hey. Kleine Wuffi, bleibst du mal. Diese kleinen Dinger hier. So, süß. Hier, ja. Also, hier setzen. Was denn das? So, hinsetzen. So. Also, wenn ich gleich rumgucken. Es ist halt nur eine kurze Folge. Ich mache nur kurze Folgen. Ich hacke auch in so zwischendurch offline, wie ihr seht. Das tut ja auch sich viel verändern. Nein, ich denke mal. Ja, ich denke schon, das ist bemerkbar. Wir haben schon ein ganzes Stück geschafft. Wir haben wirklich schon viel geschafft, ja. Okay. Das wird noch schön. Aber wir haben noch viel vor uns. Sehr viel vor uns. Okay. Das liegt jetzt so. Mal stehen da. Wir haben hier noch Platz, wo wir irgendwie unsere Kusszeuge hier reinschmeißen können. Hier wie Erde und Steine. Der ist voll. Was ist mit dem hier? Der ist auch voll, ne? Da geht nichts mehr rein. Der hier. Oh, da ist noch Platz. Aber er gehört einfach nur Sachen rein. Das ist hier der für Gnade. Also, wir haben hier noch Schwarzpulver reintun. Das kann nicht schaden, da drunter. Der ist auch schon voll. Die Kiste ist auch schon voll. Ich fast erwarte. Der Stein. Der Stein gehört ja sowieso nicht da rein. Der Stein gehört mir mal in der Tasche. Aber noch irgendwo Steine liegen, dass wir die mal rausholen. Der Stein gehört eigentlich hier rein. Das ist ein direktes Baumaterial. Das können wir hier rein tun. Für alle gut. Na? So. Hier haben wir keinen Stein drin. Alles klar. Hier haben wir Öfen. Wir können nur Öfen. Wir können nur Öfen. Wir können nur Öfen. Ö Öfen. Steine machen. Wir können auch Steine machen. Was ist das denn eigentlich? Eisen ist. Das müssen wir auch nochmal hineintun irgendwo. So. Haben wir noch einen Platz für Steine. Hier nicht. Hier auch nicht. Wir haben hier einen Platz für Steine. Hier nicht einen Platz. Oh ja. Hier haben wir noch 60 Steine. Und dann schmeißen wir das hier rein. So. Zack. Das passt. Schießvoll. Haben wir. Und dann haben wir auch genug für heute. Unnütze ist gelabert. Na? So. Und dann muss ich mir noch unbedingt einfallen lassen, wie ich das hier weiter bauen möchte. Irgendwas hier muss ich hier rein. Da habe ich noch ein Stück Eisen. Das können wir uns noch schmoren hier. Ich muss recht schmoren. Okay. Dann haben wir hier genug Steine. War das irgendwas zu bauen? Die brauchen nur 60 Stück in der Tasche in der Tasche und den Rest können wir in die Truhe packen. Aber egal. Ich verabschiede mich mal schon an dieser Stelle. Von euch. Wie gesagt. Mit euch. Wie geht es alles in Ordnung? Wie weit war ich hier eigentlich hier unten? Dann habe ich auch noch so ein ganzes Arsch voll zu tun. Genau. Ich wollte hier. Wenn es da noch eine Etage tiefer geht. Ah, es wird noch. Das wird noch. Es wird noch. Alles klar. Hm. Okay. Das war es. Das war es. Das war es. Das war es. Ich bin ja schon weg. Alles klar. Habt euch wohl. Und es geht endlich wieder. Ich bin so froh. Bis dann. Ciao. Bis dann. Euer Joppe. Tschüss.